hallo liebe boner es ist sonntag der 22 september 2024 12 33 hier wiesel look hier nun das neueste für heute heute haben wir besuch auf dem campingplatz ich hoffe dass unser gast selbst sehen kann was ich so besonders macht so das war's für heute dann noch viel spaß euch allen und amit hallo recht herzlich willkommen zurück zu einem kursing new horizons jawohl wir haben gast in den bergen jemand wollte wandern kämpfen in den bergen urlaub machen in den bergen ja genau wie im post academy adsh 108.000 die punkte jetzt mal hinkriegen freddy hat uns noch was geschickt später mit ich weiß nicht wenn die weißen schon habe ich glaube schon aber ja egal trainings anzug ja so kleine runde heute ohne viel tamtam nachdem die letzten folgen immer fast eine stunde waren haben wir heute ein bisschen ruhiger um eure augen nicht zu sehr zu beanspruchen so ich muss generell mal schauen was noch alles zu tun gibt im september um zu einer woche noch mal gucken so so noch nix hallo dankeschön ihr habt alles spaß das freut mich ja ja so na 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 dann gehen wir mal weiter lauter verrückter auf dieser insel das nehmen wir mal hin und verkaufen es nehmen wir halt nur shopping mal so viel haben wir nicht weiter geht's so 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 war wohl bisschen zu nah dran die muscheln so 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 wer bist du denn? du hast ja eingebaute Kopfhörer oder hast du Kopfhörer auf? Achim, ich habe ganz viel Spaß und campen hier, die Luft riecht so gut wie Essen, ich will die Luft essen. Ok, der kleine Achim. Ok, das ist niemand von unserer Insel. Das nächste Fossil. Der letzte Stein ist das Wahnsinn. Hm, 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 hm. Der letzte Stein. Da wäre es auch gut, wenn ich mein Vogel oder so hinsetzen würde. So 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 So, dann mal. Nein! Oh, shit, heavens. So. Dann verkaufen wir alles. Guten Morgen, Eugen. Nein, die Stiften analysieren. So. So. Nils warst, danke dir. Ich will was verkaufen. Das war alles, was ich je gesammelt habe, bis auf die erste. Nein, das brauchen wir nicht. So. Wie gesagt, kurze Folge heute. Aber ich glaube, das ist ganz in Ordnung. Wenn wir jetzt mal immer extrem lange Folgen gehabt. Das ist aber okay, wenn eine Folge ein bisschen kürzer ist. So. Und wie gesagt, wir befinden uns sowieso im Endanlauf. Was unser Game betrifft. Kommen wir jetzt dann, glaube ich, bald unter die 100 Folgen-Brenze. Das ist wirklich wild. So, wir können mal schauen. So muss ich unter 100 Folgen. Nein, ich kann es. 92. Doch, es sind ab heute, also mit dieser ab morgen sind es nur noch 99 Folgen bis zum Ende des Let's Plays. Das ist wild. Das ist wild. Krass. Krass. Aber gut, dann haben wir über 400 Folgen Animal Crossing gespielt. Das ist natürlich schon krass. So. Ähm, ja. Stopp, ich bewege mich mal in ein anderes Zimmer. Ich freue mich schon, wenn wir Pokis umtauschen können. Und wir dann die letzten Zimmer einrichten können, oben und unten. So. Ins Lager. Ins Lager. Ins Lager. Ein Besuit. Lass mich mal gucken, was du für ein Besuit bist. Und ob wir die zufällig die weißen Jeans schon haben. Aber was wir auch noch machen können. Endlich mal. Die kann man noch mitnehmen. Jetzt können wir gerade mal schauen, wo kommen die tosen. Ja, doch. Wir haben die weiße Jeans schon. Habe ich es doch richtig vermutet. Ja. Ja, der ist nicht so cool wie der. So, haben wir damit auch schon. Na gut, damit eigentlich fürs Zuschauen, sagt CharminV. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Hier bei Animal Crossing New Horizons. Genau. Bis dann. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski 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 Bis zum nächsten Mal.